Glück auf Schalker und herzlich willkommen auf Schalke Inside zu den aktuellen S04 News. Das Jahr 2021 endet alles andere als gut für unsere Schalker. Zum einen wurde ja das Trainingslager aufgrund der der ganzen Corona-Situation abgesagt. Trainiert wird nun auf dem Berger Feld und nun hat laut einer offiziellen Vereinsbeteilung auch noch Simon Terodde Corona. Der zweite Rekordgeschütze war ja bereits im März mit dem Coronavirus infiziert und ist zudem auch vollständig geimpft. Und auch Koitakura sei positiv getestet worden. Der Japaner ebenfalls vollständig geimpft sowie geboostert sei wie Terodde zum Glück, aber auch symptomfrei. Und das sind natürlich die besten Nachrichten bei solchen schlechten Nachrichten. Und das ist natürlich die nächste kleinere Hiobsbotschaft. Was heißt kleinere? Das Gute ist, beiden geht es gut. Und vielleicht hat dort die Impfung auch nochmal mitgeholfen, dass es den beiden gut geht. Aber natürlich fallen die Spieler nun auch erstmal aus. In den vergangenen Tagen wurden sie nämlich schon positiv getestet und befinden sich damit auch in häuslicher Isolation. Es ist nicht genau bekannt, ob das jetzt erst gestern herausgefunden wurde, schon vorgestern, weil eben erst am gestrigen Tag Schalke offiziell bekannt gegeben hat, das Trainingslager abzusagen. Und in dem Zuge wurden eben auch die Infektionen bekannt gegeben. Möglicherweise liegen die auch schon ein, zwei, drei Tage zurück. Und auch das wäre natürlich nicht so verkehrt, damit sie im besten Falle zum Zweitliga-Auftakt gegen Holstein Kiel in das neue Jahr wieder mit dabei sein werden. Denn wann sie wieder dabei sein können, wann sie die Situation verlassen können, ist aktuell noch nicht klar, steht noch nicht fest. Aber wirklich gut, dass beide symptomfrei sind. Natürlich trotzdem eine schnelle und vollständige Genesung, wie auch Schalke das wünscht, schließe ich mich natürlich auch an. Und dann bin ich mal sehr gespannt, wann sie wieder dabei sein werden und hoffe natürlich, dass es so schnell möglich ist, wie es denn nur geht. Eure Meinung zu dem Thema gerne mal in die Kommentare und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und Glück auf an alle Schalker!